Die Antwort wird wahrscheinlich jetzt einige Leute erstaunen und zwar brauchen wir eine Fördermenge von 67 pro Tag. Ich sage euch natürlich auch gerne, wie ich darauf gekommen bin und zwar haben wir im Moment im Mexiko 26.000 Tonnen Ölvorrat. Wir haben eine Transportkapazität mit unseren drei GPs von 42.000. 42.000, abzüglich 26.000 sind 16.000 Tonnen, die wir fördern wollen, wenn unsere Tanker wieder in Mexiko sind. Und da habe ich natürlich gerechnet, wir brauchen sechs Tage von Mexiko nach New York und sechs Tage von New York nach Mexiko zurück. Macht 16.000 geteilt durch 12, geteilt durch 20, macht 67. Deswegen also hier die Fördermenge 67. Das stellen wir aber gleich um. So, ihr hattet euch, das finde ich auch total lieb, um meine Gesundheit hier Sorgen gemacht und mir gesagt, ich soll doch ins Luxus-Apartment gehen, da ich ja auch genug Geld habe. Mache ich auch gerne, 211.000 Dollar haben wir. Das heißt, für euch mache ich alles, ich gehe sogar ins Luxus-Apartment. Was tut man nicht alles für seine Freunde? So, Lagekosten fallen auf 80 Cent pro Tonne, wunderbar. Jetzt ist vielleicht auch der Ölpreis, ach naja, etwas besser wollte ich gerade sagen, aber 103 Dollar ist noch nicht genug. Wir haben unseren Wechsel fällig am 2. Januar in Höhe von 10 Millionen. Das wird echt knapp, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Knapp, aber wahrscheinlich knapp daneben, ist auch vorbei. Wir schauen einfach mal, je nachdem, ob wir jetzt Subventionen bekommen oder nicht. So, Taxi, Hotel, Luxus-Apartment, nochmal 6 Tage. Dann drückt die Daumen, dass ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dass wir jetzt 42.000 Tonnen haben. Ja, wunderbar. Mexiko, Transport nach New York. Und wenn jetzt der Ölpreis mitspielt, dann sollten wir vielleicht knapp an die 10 Millionen kommen. So, Mexiko ist quasi leer, 80 Tonnen, das ist ja nur gar nichts. Da müssen wir jetzt wieder die Ölmenge anpassen. Und zwar brauchen wir jetzt 42.000 Tonnen, geteilt durch 12, geteilt durch 20, macht eine Fördermenge von, ja genau, 175. So, wenn ich mich nicht verrechnet habe, natürlich. Das werden wir gleich sehen. So, okay, Taxi, Luxus-Apartment, natürlich. Adeline wurde für die Verdienstmedaille Klasse 8 vorgeschlagen. Die Jury ignorierte den Vorschlag. Monatsabrechnung, Prämie 37.450, Gehalt 10.000, Konto 241.000, wunderbar. So, bitte, bitte, Ölpreis, bitte, bitte. Ach, Mist, Kacke, das wird nicht reichen. 8,4 Millionen, noch 4 Tage Zeit, das reicht nicht. Wir müssen, glaube ich, ein paar Aktien verkaufen. Denn die werden sowieso gefendet, wenn wir nicht aufpassen. So, Mexiko 21.000 Tonnen, das ist wunderbar, also passt das. So, Bankdepot, 1,8, Kacke. Ich will ja nicht zu viel verkaufen. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ach, komm, wird schon reichen. Da müssen wir uns halt befinden. Ja, klar, super. Uns entsteht natürlich ein Schaden von 3 Millionen, ganz kurz, bevor wir natürlich den Wechsel bezahlen müssen. Ja, klar, ja, sicher, ja, klar. 1.400 Aktien gefendet. Ihr Fucker, ihr Penner, wirklich. Also, das ist immer das Ärgerliche an dem verkackten Spiel hier. Ne, ne, da ist, äh, das ist komplett random. Da kann man nichts machen. Egal, wie gut man spielt, das ist echt übel. So, gut. Wir haben auf jeden Fall richtig gerechnet. Das passt alles. Und, äh, ich versuche mich jetzt nicht zu ärgern. Begeben Sie ein Paket. Nein, fickt euch. So. Ähm, wir machen hier richtig Geld. Jetzt reicht's mir. Jetzt, jetzt will ich hier richtig Kohle haben. So, Fracht von Mexiko, ach Quatsch, von New York nach Mexiko wieder zurück. Und es müsste eigentlich auch unser vierter Tanker gleich fertig sein. Sodass wir also da nochmal mehr Öl transportieren können. So, Bankdepot. Muss natürlich jetzt hier hart wieder zurückkaufen. Natürlich steigt jetzt auch die Aktie wieder. Ja, also. Boah, was für ein verkacktes Spiel manchmal, ey. Wirklich. So. Da gehe ich auch nur ins Apartment. Ja, Spenden mache ich. Ja, ja. Spende alles. Könnte meine Leber haben, meine Niere. Spende euch alles. Alles, was ich habe. So, Mexiko transportt nach New York. 13.000 nur noch. Klasse. Ist aber auch egal. Dann ändern wir das mal. Ich würde sagen, äh, der Tanker ist ja auch gleich fertig, ne. Acht Tage. Dann docken wir die am besten mal. Und ich setze die Fördermenge in Mexiko mal auf Null. Bis die ganzen Tanker fertig sind. Und, so. Das passt. Ölmarkt, Ölverkauf, New York. Alles. Und dann docken wir die drei Tanker. Tankerpositionen. In fünf Tagen haben wir hier eine komplette Flotte. Wunderbar. Dann gucken wir doch mal, wie viel Öl bräuchten wir denn. Ähm, Tankerpositionen. So. Wir haben, ich würde das mal abrunden auf 15.000 pro GP. Das heißt 45.000, 69.000 insgesamt. 69.000. Wir haben 3.000 noch im Vorrat. Macht 66.000. Und ich würde sagen, wir warten mal zwölf Tage. 66.000. Geteilt durch zwölf, geteilt durch zwanzig. Macht 275. So, Mexiko. 2, 7, 5. Okay. Dann warte ich jetzt nochmal sechs Tage. So, einmal. Und jetzt schicken wir unsere gesamte Flotte nach Mexiko. Ja, habe ich doch gedacht, hier 15.000. War ja klar. So. Und nochmal sechs Tage warten. Subventionen von drei Millionen. Ja, jetzt wollt ihr euch einschleimen, ne? So. Egal. Ölmarkt. 100 Dollar. Wunderbar. So, Fracht. Von Mexiko. Transport nach New York. Jetzt müsste es eigentlich genau hingehen. Wunder, wunderbar. Klasse. Hat ganz genau gereicht. Und ist natürlich super, da wir jetzt auch keine Lagerkosten haben. Wenn wir es jetzt nochmal genau anpassen. Müssen es leider nochmal anpassen. Jetzt haben wir also, ich sage mal 69.000. Geteilt durch zwölf, geteilt durch zwanzig. Macht, äh. Ich meine 288 müssten es sein. Boah, ich kann nicht mit dem Kopf rechnen, ne? 288 mal zwölf. Ne, 288 mal 20. Mal zwölf. Ja, sollte funktionieren. Okay. Werden wir jetzt rausfinden. Oh Mann. Ja, dafür ist natürlich ein Taschenrechner auch gar nicht schlecht. Aber habe ich irgendwie jetzt gerade gar nicht. Egal. So. Taxi, Hotel, Luxapartement. Lagerkosten fallen auf 90 Cent pro Tonne. Und hier schaut euch mal an. Lagermiete für sechs Tage. 432 Dollar. Das ist doch mal angenehm. Oder? Das ist doch mal richtig super. Tankerpositionen. Sie sind angekommen. Und hoffentlich ist der Ölpreis, naja. Wieder nur 100 Dollar. Scheiße. Aber macht auch was aus. Wir sind bei zwölf Millionen. Wunderbar. So New York Ballast nach Mexiko. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir so ein bisschen die Millionen horten. Und hier die 40 Prozent sollten wir auf jeden Fall nochmal kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen nochmal sechs Prozent dazu. Ach, Entschuldigung. Können wir das gar nicht leisten. Ich meinte natürlich drei Prozent. So. Dass wir hier auf jeden Fall über 40 Prozent sind. Denn das war, glaube ich, unser Ziel. Für dieses Quartal. So. Der Arzt ist mit dem Gesundheitszustand von Annelien sehr zufrieden. Ja, dank euch. Dank eurem Tipp mit dem Luxusapartment. Das ist doch super. So. Transport nach New York. Wunderbar. Wunderbar. So. Und noch 1000 Tonnen übrig. Wunderbar. Und die Gesundheit hier. Wahnsinn. Super. Annelien wird die Verdienstmedaille Klasse 8 verliehen. Der Preis ist mit 48.000 dotiert. Spenden Sie das Geld? Nein. Tut mir leid, ich bin noch nicht reich genug. Ich will erst mal Millionär werden, bevor ich das mache. So. Ölverkauf New York. Alles. Klasse. Bankdepot. Unsere Aktie. Ja. Ist eigentlich gar nicht schlecht unterwegs. Ich kaufe nochmal hier 3 Prozent zu. So. 45. Wunderbar. Und ich will natürlich schauen, dass wir so ein bisschen Geld sparen nachher, dass wir eine Tankerflotte bauen, weil wir haben noch viel mehr Kapazität, die wir leisten könnten. Das heißt, wir können so ein richtig dickes Schiff dann noch bebauen. So. Lagerkosten fallen weiter. Fracht von Mexiko, Transport nach New York. Ich glaube, jetzt müssen wir noch ein bisschen anpassen, weil wir haben 5.000 Tonnen da stehen. Und im Moment schaffen wir, wie viel? 14 mal 3 sind 42, 45, 65.000. 5.000 haben wir noch stehen, das heißt 60.000. Passt sich nochmal ein bisschen an. 60.000 geteilt durch 12, geteilt durch 20. Sagen wir mal 250. Das sollte es sein. So. Und. Dann nochmal wieder ins Hotel. Schwupp. So. Wunderbar. Gehaltserhöhung um 500 Dollar. Aktuelles Ziel. Behalten natürlich wieder bei 45 Prozent. Subventionen. 4 Millionen. Cool. Wunderbar. Leider keine Prämie bei der Monatsabrechnung. Schade. 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 So. Aber. Es reicht. Es reicht. Es reicht. So. New York. Ballast nach Mexiko. Schub. So. Klick, 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 klick. Anliegen wird der Petro Tower Klasse 8 verliehen. Der Preis ist mit 52.000 dotiert. Spenden Sie das Geld? Nö. Immer noch nicht. So. Fracht von Mexiko. Transport nach New York. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es passt. So. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir reparieren gleich nochmal. Und wir docken gleich nochmal. Beziehungsweise ich lasse es erstmal so laufen, oder? Mal gucken. Ja. Ich würde sagen, wir docken das mal. Oder? Docken wir es, docken wir es nicht. Das ist die große Frage. Beziehungsweise wir könnten ja auch noch einen neuen Tanker bauen. Ich lasse es erstmal so. Ich lasse es erstmal so laufen. Mal gucken mal in die Werft. Was kostet denn so ein großer Tanker hier 250.000 Tonnen? Das ist natürlich vielleicht ein bisschen viel. Aber wir könnten uns vielleicht hier so ein 80.000 Tonnen leisten. Dass wir unsere Ölfelder mal ein bisschen mehr auslasten. Umso mehr Umsatz machen wir natürlich. Wir schauen mal. Anliegen wird der Economics Globe Klasse 8 verliehen. Preis 50.000. Schön. Wunderbar. Ölmarkt. Immer noch am Arsch. So 20 Millionen haben wir. Das ist wunderbar. So von New York Ballast nach Mexiko. Oh wei, oh wei. Das wird immer weniger. Müssen wir echt aufpassen. Ich würde sagen, so ab in die Werft. Wir müssen was machen. Und zwar würde ich hier so eine LR2 bauen. LR2 80.000 Tonnen. Stapel auf in 85 Tagen. Am 9.06. Okay. Bis dahin müssen wir durchhalten. Bekannte Sportklub bittet um Unterstützung. Ja, wir spenden mal. Wir spenden immer alles. So, von Mexiko Transport nach New York. So. Dann warte ich nochmal einen Tag. Taxi, Hotel, Luxus Apartment. Einen Tag. Schwupp. Und schicke den nächsten Tanker nochmal hinterher. So, von Mexiko Transport. Zip. So machen wir das. So, dann rechne ich nochmal jetzt genau aus. Also Tanker Position. Ja, die hier. Die MR. Warum wird die denn so kacke hier? 21. Okay. Das heißt, 42.63. Machen wir 60.000. Machen wir wieder. 175 vielleicht. Taxi, Hotel, Apartment, Zip. Ich hoffe, dass es jetzt richtig war. Oh, ich hoffe, unsere Aktie hier. 3,2. Oh Mann. Aber der Ölpreis geht ein bisschen hoch. Das ist wunderbar. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Docken, oder? Docken wir den ganzen Kram. Das ist irgendwie besser. So. Wann werden sie fertig? In vier Tagen. Das heißt, zehn Tage haben wir Zeit. 24.000. Wir haben da eine Kapazität von 69. Das heißt, 45.000. Das sind 4.500. Fördermenge. Mexiko. 225.000. Oh wei. Wenn ich mich nicht verrechne. Das kann natürlich sein. So. Vier Tage. Erstmal. Monatsabrechnung. Monatsabrechnung. 56.000. Prämie. 10.000. Gehalt. Und die Lagerkosten fallen weiter. Juhu. Universitätsball. Erfolgreichster ehemalige Absolvent. Hat sich gerade den Kopf gestoßen. Ober an der Decke. Adaline. So. Wunderbar. Ach schön. So. Von New York. Ballast nach Mexiko. Schwupp. Das sieht doch wunderbar aus. Sollte diesmal funktionieren. Und wieder sechs Tage. Alle Tanker von Adaline wurden erfolglos auf technische Mängel untersucht. Wie schön. Das sind mal gute Nachrichten. So. Und wir sind bei 69.000. Dass wir jetzt abtransportieren können. Wunderbar. So. Klasse. Ja. So machen wir das die ganze Zeit weiter. Ich würde sagen. Ich warte mal bis der Tanker hier fertig ist. Noch 62 Tage. Und fahre jetzt hier die ganze Zeit mit der Anpassung. Natürlich hier. Das muss ich auch nochmal umstellen. So. Fördermenge. Mexiko. 288 dann wieder. Zack. Dann immer hin und her. Und ja. Dann sehen wir uns dann gleich wieder. Wenn der neue Tanker fertig ist. Also. Bis gleich. Die LR2 ist fertig. Wir liegen jetzt noch in New York. Unsere neue Flotte sieht dann so aus. Alles nochmal kurz gedockt. Ich habe jetzt insgesamt 40 Millionen in den letzten Tagen hier erwirtschaftet. Ich kann die Fördermenge jetzt in Mexiko auf 500 stellen. Denn wir haben jetzt mehr Transportmöglichkeiten als wir Fördermöglichkeiten haben in Mexiko. Und dann können wir das komplett auslasten. So. Von New York. Ballast nach Mexiko. Da schicke ich natürlich die ganze Flotte. Und wahrscheinlich lassen wir hier die ADA 1 dann mal stehen. Vielleicht. An den Flughafen wollte ich gar nicht. Noch nicht. Zumindest so. Sechs Tage. Wollte ich eigentlich. Jetzt habe ich nur vier gemacht. Taxi. Komm. Zwei Tage noch. Lagerkosten fallen. Wunderbar. So. Fracht. Von Mexiko. Transport nach New York. Erstmal hier die LR 2. Die ADA 5. Mit 76.000. Das ist ja richtig krass. So. Und dann können wir noch hier die 15.000 Tonnen schicken. Das heißt wir können natürlich jetzt hier gucken. Je nach Bedarf. Inwieweit das geht. So. Schiffe sind wieder beschädigt. Wunderbar. Das läuft ja wieder hier. Mensch. Klacke. Egal. Macht nichts. Werft. Docken. Hier. In 13 Tagen fertig. Wunderbar. Dann holen wir die Schiffe auch noch aus Mexiko. Transport nach New York. So. Dann hätten wir das. Ja. Und dann machen wir so weiter. Ich wollte das Let's Play jetzt damit beenden. Ich hoffe, dass ich euch weitergeholfen habe. Hier die Beliebtheit. Hier schaut mal. Die ist ja fast auf 100%. Und ja. So macht man das natürlich immer weiter. Man kann immer mehr Tanker kaufen. Und ja. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen Tipps und Tricks. gezeigt habe. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken bei euch. Für das Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Retro Game natürlich wieder. Macht's gut. Euer Anderlin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020